Scannen ist kein Hexenwerk. Das glauben Sie nicht? Dann probieren Sie es doch einfach mal mit diesem portablen Dokumentenscanner. Das schlanke Gerät hat ideale Transportmaße und eignet sich so auch als dauerhafter Begleiter auf jeder Geschäftsreise. Um ein Dokument zu digitalisieren, setzen Sie den Scanner auf die Startposition, drücken Sie die Scan-Taste und schieben ihn langsam über das Blatt. Die Scans werden auf einer SD-Karte gespeichert. Um sie auszulesen, schließen Sie den Scanner einfach über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an. Schon stehen Ihnen die Dokumente im digitalen Zustand zur Verfügung. Textdokumente können Sie mit der mitgelieferten Software Abbey Screenshot Reader OCR problemlos weiterbearbeiten. Auf dem LC-Display sehen Sie alle wichtigen Informationen, zum Beispiel den Batteriestatus oder die Zahl der gespeicherten Scans. Per Knopfdruck wählen Sie zwischen Farb- und Monochrom-Scan oder 300 und 600 dpi Auflösung. Besonders bei Zeitschriften und Büchern spielt der handliche Scanner seine große Stärke aus. Durch seine schlanke Form scannen Sie problemlos über den Bund. Nach getaner Arbeit stecken Sie den Scanner einfach in die mitgelieferte Schutztasche. Im Aktenkoffer oder in der Notebook-Tasche harrt er dann auf seinen nächsten Einsatz. Mit dem portablen Dokumentenscanner erhalten Sie im Handumdrehen hochwertige Scans. Und zwar immer und überall. Das macht selbst Scan-Muffeln Spaß. Also, worauf warten Sie noch? Das macht sich in der Nähe von 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 der